Die nächste Finalistin mit Startnummer 4 ist 16 Jahre alt, heißt Alexandra Petz, kommt aus Gratweinstraßengel und besucht die Bafep in Drogant Amur. Sie spielt Gitarre und liebt alles, was mit Musik zu tun hat. Hier kommt ihr Song. Öffne dein Herz, lebe in deiner eigenen Welt. Sei einfach zu selbst, lebe dein Leben so, wie es dir gefällt. Lass die Zeit vorübergehen, Besseres wird dir geschehen, male dir deine eigene Welt. Du bist so wunderbar auf deine Weise. Lass dir von keinem was sagen und lieb einfach dein Leben. Ja, 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 öffne dein Herz. Geh auf und fang an, dich zu glauben. Mach einfach dein Ding, lebe dein Leben so, wie der größte Kind. Lass die Zeit vorübergehen. Lass die Zeit vorübergehen, Besseres wird dir geschehen, male dir deine eigene Welt. Du bist so wunderbar auf deine Weise. Lass dir von keinem was sagen und liebe deine Rechte. Ja, 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 oh, ja. Mir geht gut überall, bin ich da, wo keiner ist Stehe auf und geh heraus, mach die Augen auf und gib deinen Traum Weil du bist so wunderbar auf deine Weise Lass dir von keinem was sagen und lieb einfach dein Leben Ja, 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 ja